Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Cam. Moin und Waldmannsheil von der IWA 2023. Immer noch bei Carles, immer noch zusammen mit dem Peter hier vor der Kamera. Und wir widmen uns jetzt einem sehr interessanten Zielfernrohr für die Jagd. Ein 1 bis 6 bis 8 mal 42, also ein sehr kompaktes, leichtes, ich würde sagen Allround-Glas für die Jagd. Oder wie siehst du das? Ja, das ist richtig Pirschglas eigentlich, wenn man das so möchte. Es ist in dem Fall ganz genau gesagt 1,6 bis 8 mal 42 mit 538 Gramm. Also sehr führig, so die Bewegung perfekt. Allround deswegen logischerweise, weil man hat natürlich bei 42 Objektivdurchmesser schon ein gutes Rettung. Restlich sage ich jetzt mal nicht, so wie bei einem 50er ein. Aber du hast natürlich ein Sehfeld von 25 Meter auf 100. Das ist schon ganz gehörig. Das ist ganz gehörig, genau. Und der Trend geht ja dann tatsächlich doch eher, zumindest habe ich das bei mir sehr schnell entwickelt, dazu ein Vorsatzgerät zu nutzen und eben nicht mehr auf die großen, lichtstarken Objektivdurchmesser zu setzen, sondern eher zu sagen, ich nehme was Schlankes, auch mit einer eher kleineren Grundvergrößerung, um dann eben ein Vorsatzgerät gut sozusagen einstellen und sehen zu können. Genau, so ist es. Wir sehen dann generell einen Trend Richtung Vorsatzgeräte, dort wo es erlaubt ist logischerweise, wo du natürlich eine kleine Vergrößerung brauchst, denn sonst bringst du das Bild nicht rein, klar. Und es sollte möglichst kompakt sein, ganz genau. So ist es. Finde ich sehr, sehr spannend und sehr schlank. Also genau das, was ich finde zumindest, bei mir zumindest, der Trend, was Jagdausrüstung hingeht, leichter, kompakter, schlanker. Aber ihr habt aber trotzdem auch als Zubehör den Throwlever, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich benutze den tatsächlich sehr gerne, gerade auch in Drückjagdsituationen, im Winter mit Handschuhen. Genau. Ist das optional oder liefert ihr das gleich mit aus? In dem Fall ist es optional, denn manche wollen es, andere wollen es nicht. Das soll der Kunde und der Jäger entscheiden. Ja, sehr gut. Ich empfehle es auf jeden Fall, denn ab dem Zeitpunkt, wo der Throwlever drauf ist, beginnt man wirklich auch mit der Vergrößerung zu arbeiten. Ja, genau. Es gibt Situationen, wo du einfach mal schnelles Sehfeld brauchst oder viel Sehfeld, da gehst du runter auf die kleine oder wenn du Details dir beobachten möchtest. Genau. Dann drehst du hoch und mit diesem Throwlever geht das spielend leicht und es verleitet gerade dazu, auch damit zu arbeiten. Super. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, ein sehr interessantes, gutes Glas, was ihr da mitgebracht habt. Ja, einen Punkt vielleicht noch, den ich erwähnen möchte. Du siehst es hier, das ist in dem Fall mit einer Ringmontage, wird aber auch ausgeführt mit einer Schiene. Ah, großartig. Sehr gut. Also wieder für Liebhaber beider Richtungen alles dabei. Genau, so ist es. Großartig. Peter, dir vielen Dank für die Vorstellung des Helia in 1,6 bis 8 x 42 und I für Illumination, also mit Leuchtpunkt. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.